so willkommen zurück auf meinem youtube kanal und ja ich war mit stronke army x unterwegs wie ihr sehen könnt links die meisten oder fast alle sind von stronke army x und das ist ein 8er bollwerk und wollen wir doch mal gucken was hier so abgeht die meisten fahren Richtung mitte einige versuchen Richtung hill zu kommen so 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 406 wie ihr sehen könnt er ist hier low hp und wir stellen uns vor ihn damit er da nicht weggeballert wird ich kam auch hier die serie ist 3 hier damit sie nicht auf den low hp schießen kann ich gehe dann auf den autoloader weil autoloader ist immer wichtig dass die weg sind er wird rausgenommen 16 wow ein blow up 9 zu 3 für uns ich nehme ihn da noch aus 10 zu 4 schnelle runde unter drei minuten wir sehen uns bei den stets nur noch du hast an dir selbst teamdamage gemacht glaube ich ja aber das zählt ja nicht als teamdamage er hat 900 seinem eigenen leid verpasst aber nicht gemerkt ach so ne ich habe nur 400 hast du auch entschieden das war doch stimmt ich oder kann es sein ich bin entschuldig du hast mich doch runter geschubst